Hier sind dann Schließfächer für die Leute, die spät abreisen. Da haben wir hier Schließfächer. Hier kann man sich aufhalten. Wir haben da Schlösser. Und wir wollen nur die Karte von der Rezeption holen. Und hier kann man dann rein. Das will duschen. Man kann schon rein und kann sich abends noch duschen, bevor man abreist. Das ist ein ganz geniales Konzept, direkt von der Rezeption.